Heute gehen wir mal ein Thema an, das so komplex ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Darum will ich mich im ersten Teil auch nur auf die wichtigsten Grundlagen zum Thema Antennen beschränken. Vor allem wollen wir erstmal ein paar Grundbegriffe klären, die einem beim Thema Antennen begegnen. Man findet ja auch immer wieder Anleitungen zum Bau irgendwelcher Wunderantennen. So soll man zum Beispiel den perfekten Empfang haben, wenn man so ein Ladegerät von einem Smartphone als Antenne benutzt. Oder wenn man einen Fieberthermometer in die Antennenbuchse steckt. Ich meine, wenn ich gute Empfangsverhältnisse habe, kann ich so ziemlich alles in den Antenneneingang stecken, auch einfach nur meinen Finger und das funktioniert. Den Vergleich mit gängigen Antennenformen oder irgendwelche Messungen bleiben diese Videos ja schuldig. Die Physik lässt sich nun mal nicht überlisten. Vielleicht kann dieses Video auch helfen, in Zukunft bessere Realität von Clickbait zu unterscheiden. Herzlich Willkommen bei Technik selbst erlebt. Die Aufgabe einer Antenne ist es, die von einem Hochfrequenzgenerator erzeugte Energie in Form einer elektromagnetischen Welle abzustrahlen oder einem elektromagnetischen Feld Energie zu entnehmen und an den Empfänger weiterzuleiten. Dabei sind die Sende- und Empfangseigenschaften einer Antenne identisch. Wenn also allgemein bei Antennen immer von einem Strahler die Rede ist, kann man daraus auch Rückschlüsse auf ihr Empfangsverhalten ziehen. Was steckt denn nun hinter der Konstruktion einer Antenne? Bei einem Schwingkreis finden wir die Kapazität und die Induktivität konzentriert im Kondensator und der Spule vor. Zieht man die Kondensatorplatten und die Spule auseinander, bleibt ein einfacher Leiter. Auch der besitzt eine Resonanzfrequenz. Kapazität und Induktivität sind jetzt nur über den gesamten Leiter gleichmäßig verteilt. Wird dieser Resonanzfrequenz zum Schwingen angeregt, ist logischerweise der Stromfluss in der Mitte des Leiters am größten und an den Enden minimal. Der Spannungsverlauf ist genau entgegengesetzt. Die Darstellung ist allerdings nicht ganz korrekt. Der Strom wird an den Enden nicht ganz null und auch die Spannung in der Mitte wird nicht null, da die Antenne Energie abstrahlt und der Strom nicht nur innerhalb des Leiters hin und her schwingt. Speist man die Energie in der Mitte ein, erhält man eine der wichtigsten Grundformen einer Antenne, den Dipol. Dieser Resonator bildet für den Hochfrequenzgenerator den Abschlusswiderstand. Da wir es mit Wechselström zu tun haben, müssen wir richtigerweise von der Impedanz der Antenne reden. Im Resonanzfall heben sich aber in einem Schwingkreis kapazitiver und induktiver Blindwiderstand auf und der Widerstand ist reell. Im Video zum LC-Schwingkreis habe ich das anhand von Zeigerdiagrammen gezeigt. Prinzipiell kann man an jeder Stelle des Leiters einspeisen. Der Widerstand berechnet sich nach dem Ohmschen Gesetz Spannung durch Strom. In der Mitte, also im Strommaximum, ist der Widerstand am geringsten. Wenn man die Energie am Ende, also im Strom, Minimum einspeist, so wie bei dieser Antenne, ergibt sich eine relativ hohe Impedanz. Der Widerstand, von dem wir hier gerade reden, ist der Antennenwiderstand am Speisepunkt, der sogenannte Fußpunktwiderstand. Der setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Da haben wir zum einen den Strahlungswiderstand. Der repräsentiert die abgestrahlte Leistung und ist eine reine Rechengröße. Wie groß ist ein Ersatzwiderstand, der die abgestrahlte Leistung verbrauchen, also in Wärme umwandeln würde? Man kann ihn berechnen, wenn man die abgestrahlte Leistung und den Höchstwert des Antennenstroms kennt. Dazu kommt ein Verlustwiderstand, wie wir ihn bei jedem Leiter haben. Da ist zum Beispiel der ohmsche Widerstand des Leiters, sowie der Einfluss des sogenannten Skin-Effekts. Das wäre nochmal ein Thema für ein gesondertes Video. Kurz erklärt bedeutet Skin-Effekt, dass bei Wechselstrom der Stromfluss mit steigender Frequenz immer mehr nur an der Oberfläche des Leiters stattfindet. Das Innere des Leiters trägt kaum noch zum Stromfluss bei. Bei hohen Frequenzen macht es also kaum noch einen Unterschied, ob man einen massiven Leiter verwendet oder nur ein Metallrohr. Der beste Hochfrequenzleiter ist nicht der mit dem größten Querschnitt, sondern der mit der größten Oberfläche. Natürlich will man den Verlustwiderstand möglichst klein halten, denn das Verhältnis von Strahlungswiderstand zu Verlustwiderstand bestimmt den Wirkungsgrad der Antenne. Die Impotanz für so einen Halbwellendipol errechnet sich theoretisch zu 73 Ohm. Allerdings müsste der Leiter unendlich dünn sein und sich unendlich hoch über der Erdoberfläche befinden. Das ist ein Diagramm, welches zeigt, wie sich der Antennenwiderstand mit dem Durchmesser des Leiters bzw. mit dem Verhältnis der Wellenlänge zum Durchmesser verringert. Ein realer Dipol hat einen Fußpunktwiderstand von etwa 60 Ohm. Etwas anders sieht es aus bei einem sogenannten Faltdipol. Den kann man sich vorstellen wie eine Parallelschaltung von zwei Leitern. Das bedeutet, durch jeden Leiter fließt nur noch die Hälfte des Stroms. Erinnern wir uns nochmal an die Formel für den Strahlungswiderstand. Die abgestrahlte Leistung ist das Produkt aus dem Strahlungswiderstand und dem Quadrat des Stroms. Bei einem Faltdipol müssen wir den halben Strom einsetzen. Die Formeln kann man jetzt gleichsetzen, da die abgestrahlte Leistung gleich ist. Daraus ergibt sich dann, dass der Strahlungswiderstand eines Faltdipols viermal so hoch ist wie bei einem einfachen Dipol. Der reale Widerstand liegt bei etwa 240 bis 280 Ohm. Wofür ist das nun wichtig? Um eine maximale Leistungsübertragung zu erreichen, müssen Sendeendstufe, Antennenleitung und Antenne aneinander angepasst sein. Leistungsanpassung bedeutet Widerstandsanpassung. Wenn wir uns den Strom- und Spannungsverlauf auf dem Dipol ansehen, dann entspricht der eine Halbwelle des Wechselstroms. Für eine optimale Funktion müssen wir die Länge unserer Antenne der abzustrahlenden oder empfangenden Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung anpassen. In unserem Fall ist das die halbe Wellenlänge. Die Wellenlänge ergibt sich aus der Frequenz der Schwingung und ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit. Die hängt vom Medium ab, in dem sich die Wellen bewegen. Im Vakuum breiten sich elektromagnetische Wellen mit Lichtgeschwindigkeit, also etwa 300.000 km pro Sekunde, aus. In der Atmosphäre kann man mit dem gleichen Wert rechnen. Bedingt durch die Kapazität und Induktivität verringert sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf einem Leiter und damit wird auch die Wellenlänge kürzer. Man kann sich sicher gut vorstellen, dass mit der Dicke eines Leiters und einer damit größeren Oberfläche auch die Kapazität steigt. Eine Erhöhung der Kapazität in einem Schwingkreis führt zu einer kleineren Resonanzfrequenz. Um das auszugleichen, muss man den Leiter verkürzen. Der Verkürzungsfaktor ist also von der Geometrie des Leiters abhängig. Hier ein Diagramm, in dem der Verkürzungsfaktor eines Dipols in Abhängigkeit von seinem Schlankheitsgrad dargestellt ist. Das ist das Verhältnis Wellenlänge zu Durchmesser des Leiters. Dazu kommen noch kapazitive Effekte gegenüber dem Erdpotential. Es spielt also auch eine Rolle, in welcher Entfernung vom Erdboden oder Gebäuden die Antenne aufgestellt wird. Dafür gibt es natürliche Grenzen, denn man muss die Antenne irgendwo befestigen. In der Praxis kann man bei einem Dipol näherungsweise mit einem Verkürzungsfaktor von 0,95 oder 0,96 rechnen. Der Dipol muss also etwa 5% kürzer sein als die Wellenlänge in der Atmosphäre. Ganz anders sieht es bei Antennenkabeln aus, wenn man sie auf die Wellenlänge abstimmen will, zum Beispiel für Anpassungsglieder. Vor allem Koaxialkabel haben eine relativ hohe Kapazität und müssen deshalb teilweise um ein Drittel gekürzt werden. Das Datenblatt kann dazu Auskunft geben. Jede reale Antenne strahlt nicht gleich gut in jede Richtung. Bei unserem Halbwellendipol ist die Hauptabstrahl- bzw. Empfangsrichtung quer zur Ausrichtung der Metallstäbe. Für eine optimale Übertragung sollten Sende- und Empfangsdipol so zueinander stehen. 90 Grad verdreht ist das Ergebnis sehr schlecht. Die Ausbreitungskarakteristik stellt man in so einem Diagramm dar. Für einen einfachen Halbwellendipol sieht es etwa so aus. Vom Kreismittelpunkt zum äußeren Rand wird die Intensität der Abstrahlung aufgetragen. In der Hauptabstrahlrichtung ist die Energie am größten. In Abhängigkeit vom Richtungswinkel nimmt die Intensität ab. Das Maximum ist der Referenzwert und wird mit 0 dB angegeben. Für alle, die mit der Einheit Dezibel nichts anfangen können oder Probleme damit haben, gibt es auf dem Kanal ein ganzes Video dazu. Je größer der Winkel gegenüber dem Maximum ist, umso schwächer wird die Energie. Bei minus 3 dB ist die Abstrahlleistung auf die Hälfte gesunken. Das sind diese beiden Punkte. Der Korridor zwischen diesen beiden Werten wird Öffnungswinkel der Antenne genannt. Je schmaler der Winkel, umso genauer müssen Sende- und Empfangsantenne aufeinander ausgerichtet sein. Größere Antennen mit mehr Elementen haben dann in der Regel nur noch eine Hauptabstrahlrichtung. Das Signal von der Rückseite wird jetzt ebenfalls gedämpft. Das Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis nennt man Rückdämpfung. Solche Strahlungsdiagramme kann man auch in vertikaler Richtung zeichnen. Also wie gut strahlt die Antenne nach oben. Das kann gerade für Kurzwelle interessant sein, weil Weitverbindungen über Reflektionen in der Ionosphäre erfolgen. Oder man zeichnet gleich ein 3D-Diagramm. Die Antenne ist ein passives Element. Trotzdem spricht man vom Antennengewinn. Der Grund ist, dass eine Antenne mit einer Richtwirkung die abgestrahlte Leistung in eine Richtung konzentriert und damit effektiver ist als ein Rundumstrahler, der die Leistung in alle Richtungen gleichmäßig verteilt. Auch der Antennengewinn wird meist in Dezibel angegeben, weil hier zwei Antennen miteinander verglichen werden. Man vergleicht die Leistung, die nötig ist, damit die Antennen in einer bestimmten Richtung in der gleichen Entfernung die gleiche Feldstärke erzeugen. Allerdings muss man aufpassen, denn es gibt verschiedene Dezibelangaben. Je nachdem, welche Vergleichsantenne man wählt. Üblich ist zum einen der Vergleich mit einem idealen Rundumstrahler, der aus einem einzigen Raumpunkt heraus in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlt, also überhaupt keine Richtwirkung hat. Diese Antenne ist rein fiktiv, denn in der Praxis gibt es so einen Strahler nicht. Zur Kennzeichnung setzt man an die Einheit dB ein kleines i. Eine andere gängige Methode ist der Vergleich mit einem einfachen Halbwillendipol als Bezugsantenne. Der hat dann einen Gewinn von 0 dBd. Man vergleicht also mit einer Antenne, die bereits eine Richtwirkung und damit auch einen Antennengewinn gegenüber dem Rundumstrahler hat. Beim Vergleich der Zahlen sollte man also auf die Einheit achten. Der Dipol mit 0 dBd hat bereits einen Gewinn von etwa 2,15 dBi. Eine Antenne mit 3 dBi hat also einen geringeren Gewinn als eine mit 2 dBd. Wir hatten ja gesagt, dass die Ausrichtung der Antennen zueinander wichtig ist, damit die Hauptabstrahlrichtung der Senderantenne zur Hauptempfangsrichtung der Empfangsantenne zeigt. Würde die Senderantenne so stehen, würde sie hauptsächlich in diese Richtung strahlen und sehr wenig am Empfänger ankommen. Das sollen jetzt mal zwei Dipole sein. Aber nicht nur diese Richtung ist wichtig, sondern auch diese Ausrichtung. Woran liegt das? Ein Dipol nimmt in erster Linie das elektrische Feld einer elektromagnetischen Welle auf und das schwingt in Richtung der Metallstäbe des Dipols. Das Magnetfeld steht senkrecht dazu. Damit an der Empfangsantenne eine möglichst hohe Spannung entsteht, sollte auch sie in Richtung des elektrischen Feldes ausgerichtet werden. Senkrecht dazu nimmt sie nicht viel auf. Diese Ausrichtung nennt man Polarisation der elektromagnetischen Welle und man gibt immer die Richtung des elektrischen Feldes an. Steht die Antenne so, ist das Feld waagerecht, also horizontal polarisiert. Andersherum ist sie vertikal polarisiert. Das kann man sich einfach merken, weil das die Richtung ist, in die die Metallstäbe des Dipols zeigen. Im Prinzip ist die Polarisation egal, aber Sender und Empfänger sollten sich einig werden, in welcher Richtung sie die Antennen ausrichten. Wenn ihr eine Empfangsantenne installiert, solltet ihr euch immer informieren, in welcher Richtung das Sendesignal polarisiert ist. Kommen wir noch zu einem Sonderfall, die zirkulare Polarisation. Hier ändert sich jetzt der Polarisationswinkel ständig. Während einer Schwingung der Welle wird der Winkel einmal um 360 Grad gedreht. Man könnte sagen, die elektromagnetische Welle schraubt sich durch den Raum. Das macht man natürlich nicht, indem man die Antenne dreht, sondern zum Beispiel so. Man nimmt zwei Antennen um 90 Grad verdreht und über eine kleine Verzögerungsleitung bekommt eine Antenne das Signal 90 Grad Phase verschoben. Oder man verwendet so eine Wendelantenne. Welchen Sinn macht das? Wenn ich eine einfache Empfangsantenne habe, ist es im Prinzip egal, wie ich die ausrichte, weil die Welle während einer Drehung auf jeden Fall einmal im richtigen Winkel auftrifft. Es entsteht allerdings ein Leistungsverlust von etwa 3 dB, also warum macht man das? Vorteile hat man dann, wenn eine linearpolarisierte Welle auf dem Übertragungsweg ihre Polarisation ändern könnte. Der klassische Fall ist der Satellitenempfang. Während der Satellit am Himmel entlang fliegt, ändert sich der Winkel zu der feststehenden Empfangsantenne ständig. Bei zirkularer Polarisation spielt das keine Rolle mehr. Ein anderes Beispiel ist die Kurzwellenübertragung über große Entfernungen. Hier erfolgt die Ausbreitung der Welle ja durch Reflektionen an der Ionosphäre. Und die ist kein starrer Spiegel, sie ist ständig in Bewegung, wodurch sich die Reflektionsbedingungen laufend ändern. Unter anderem kann sich dabei auch die Polarisation ändern. Das führt dann zu Fading, also Schwunderscheinungen. Eine zirkular polarisierte Welle würde weniger gedämpft. Ob sich das in der Praxis bemerkbar macht, dazu habe ich verschiedene Meinungen gelesen. Die gehen von, ja bringt bei größeren Entfernungen bis zu 10 Dezibel Feldstärkererhöhung, bis hin zu, der Aufwand lohnt sich nicht, kein Effekt spürbar. Vielleicht sehen ja hier auch Amateurfunker zu. Wenn ja, würde mich interessieren, ob ihr damit experimentiert habt und wie eure Erfahrungen sind. Schreibt das in die Kommentare. So, das war ein erster kleiner Überblick zum Thema Antennen. Es gibt eine große Anzahl von speziellen Antennenformen. Hier informiert ihr euch am besten bei echten Funkern mit praktischen Erfahrungen, die ihre Versuche auch mit Daten belegen können. Für euch sollte wenigstens so viel hängen geblieben sein, dass eine Antenne etwas mehr ist als ein einfaches Stück Draht. Und vielleicht blickt ihr jetzt etwas kritischer auf Videos, die irgendwelche Wunder versprechen. In dem Sinne, bis demnächst. Wir sehen uns! bis zu